Plants vs. Zombies werden die Zombies zerlegt. Wir sollten mal in den Garten reingehen. Wieso bekomme ich keine Vorlagen? Den einen da habe ich eben richtig gut getroffen, habe aber keine Vorlage bekommen. Ab und an sehr mysteriös. Man weiß nie so genau, wie das Ganze hier funktioniert. Und ja, wir spielen nochmal die Karte hier, weil es eben das Rematch ist. Oh, zweier Serie. Sehr schön. Mit der Erbsenkanone sind wir hier voll im Rennen. Danach kommt so weit, ich weiß, der Schnapper. Der ja auch ziemlich gut ist. Also ich finde eigentlich alle Standardvarianten gut. Vielleicht die Sonnenblumen ist ein bisschen schlechter. Aber sonst kann man sie alle spielen. Standard for the Wind, wie ich immer sage. Dreier Serie. Der Laden läuft hier wieder. Zombies werden niedergemetzelt. Okay, hier wird wieder so ein bisschen eingenommen. Wir müssen wirklich drinstehen bleiben. Und ich habe wenig Lebensenergie. Könnte sein, dass wir hier direkt den Wechsler leben. Komm schon, Bohne. Wie konnte der eine hier noch überleben? Oh yes, eine Wiederbelebung. Na gut, eine Wiederbelebung. Da kann ich nichts machen. Okay, keine Wiederbelebung. Alles klar, wir müssen den Schnapper spielen. Wir kennen die Regeln. Der Wechsel muss kommen, wenn ich sterben sollte. Na, ich sehe gerade, wir spielen hier den Zombieschnapper. Mit einer Schlange auf dem Schädel. Bam! Keine Rakete heute. Wow, 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 wow. Ich will leben. Ich will leben. Und deswegen renne ich davon. Und beiß den hier tot. Eigentlich wollte ich ihn nur tot beißen und nicht essen. Jetzt ist mein Mund voll. Und man redet nicht mit vollem Mund. Bleib mal stehen, Junge. Nom, 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 nom. Dass so einer reingeht. Was für ein Brocken. Muss man das mal runterwürgen, so ein Ding? Uah, ich bin immer noch am Leben. Ich bin drin. Ich halte durch. Bam! Mist, ich dachte, Schleim geht noch raus. Was ist denn los, Leute? Hier wird wieder nicht verteidigt. Alles muss man selber machen. Und da bin ich eine Sonnenblume. Degradierung. Jetzt bin ich eine Sonnenblume. Und ich würde sagen, wir verlieren den Garten hier. Denn da komme ich nicht mehr rein. Na, kann ich da hinten noch jemanden killen? Na also, wenigstens einen Kill geholt. Oh, hier drüben. Wo will der denn hin? Na, Duellkumpel. Wer ist der bessere Heiler hier? Ich. Ich bin der bessere Heiler. Ich bin eine Blume mit einem Doktortitel. Okay, die kommen da drüben. Wir ballern hier noch ein bisschen rein. Und schon werde ich zerlegt. Der Traum ist leider nicht wahr geworden. Eine Vorlage. Eine Vorlage noch geholt. Eine Kaktee habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Schon ewig nicht mehr. Die Holzvariante. Mit Mickey Mouse Handschuhen. Finde ich ganz cool. Dazu die Russenmütze. Okay, Drohnenflug. Ah, die wollen alle da hinten hin. Aber ich bin bereit. Mais. Nee, jetzt. Voll daneben. Toll, der Mais klebt irgendwo da oben. Okay. Netter Versuch. Nix gerissen. Weil der Mais eben voll daneben ging. Aber hier setze ich noch ein paar Minen hin. Können wir irgendwas pflanzen? Nee. Leider nein. Der Standard-Kaktus. Wow. Oh, yes. Weggeholt. Wieder Belebung. Wir halten zusammen. Nimm meine Hand. Denn ich habe wirklich Hände. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ganz enges Ding. Okay, der Wechsel kommt. Und ich bin wieder hier so ein Erbsenwerfer. Schwupps. Los gedüst. Na, mal sehen. Können wir hier schon die Sache halten? Dann wäre es natürlich wieder so eine sehr schnelle Runde. Ich muss den Teleport holen. Wow, 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 wow. Der Zomp hier drüben. Sack-Zombie. Doom-Schroom. Wow. Erstmal die Bohne hier raus. Wie viele lungern denn hier noch rum? Egal. Ich habe einige weggeholt. Na, verflucht. Jetzt haben sie den Teleport. Jetzt haben sie ihn. Okay. Ich muss es reißen. Ich muss hier alles geben. Na, toll. Der hängt da oben. Schleim. Na, komm. Zwillinge hier drüben. Wow, 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 wow. Ich will länger leben. Ich will unbedingt länger leben. Hier drüben ist eine... Heilblume. Oh, wo denn? Wo denn? Wo denn? Alles klar. Ich bin hier wieder unter der Erde. Dann können wir den hier fressen. Habe ich hier noch einen Kill geholt? Eine Minute 20. Die Lage sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ah, der Schleim ging daneben. Der Pilz ist explodiert. Oh, nein, Moment. Oh, nein, Moment. Jede Menge Minen. Okay, ich habe es wieder hier unter Kontrolle. Noch kann ich hier durchhalten. Noch bleibe ich hier am Leben. Wir machen mal hier Eis hin. Eis ist immer eine gute Idee. Ah, verflucht. Die nehmen einen. Hui. Hat er es hinbekommen? Ja, okay. Da habe ich keine Chance. Da habe ich wirklich keine Chance. Was soll ich denn gegen so eine Armee machen? Oh, Wiederbelebung. Wiederbelebung. Ah, Schleim. Schleimvorlage. Jetzt bin ich wieder eine Sonnenblume. Irgendwo da hinten. Irgendwo da hinten. Ich habe so wenig Leben. Ich bin so eine zarte Blume. Vorlage bekommen. Okay, ich wette, die kommen hier durch. Oh, oh. Was ist denn hier los? Oh, die Rakete hat mich noch getroffen. 0 zu 3. Und schon wieder ein Wechsel. Schon wieder bin ich beim Kaktus angekommen. Wo stehen wir dann? 15 Kills. So schlecht sind wir hier gar nicht. Dafür, dass wir nur die Standardvarianten spielen. Und die Drohne dreht wieder durch. Alles völlig buggy hier. Aber ich hole mir hier drüben noch den Teleport. Den machen wir. Ja, das sieht gut aus. Komm schon. Oh, minimal, minimal. Alles klar. Teleport down. Aber der Garten wird eingenommen. Denn aus irgendeinem Grund wollen die Pflanzen nicht verteidigen. Die wollen gar nicht gewinnen. Gewinnen? Nee. Nee, lass mal gut sein. Oh, 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 oh. Oh, Delfinkanone. Habe ich noch eine Mine gelegt? Haben wir noch den Garten? Nein. Nein, wir haben ihn nicht mehr. Okay, wir setzen hier Pflanzen hin. Hier drüben mal so ein Bambus. Bambus. Ähm, hm. Hier können wir nichts hinsetzen. Da hinten können wir noch was hinsetzen. Na, hier setzen wir Pilz. Alles klar. Von wo kommen sie? Von wo kommen sie hier drüben? Dann haben wir den Teleport hier auf der Seite. Ich sag's euch. Am Ende kommt der Sieg. Am Ende kommt der verdammte Sieg. Boah, so viele. Viel zu viele. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ah, noch die Bohne raus. Die Bohne geht noch raus. Friss meine Bohne. Elf Prozent. Da haben wir ja viel gerissen eben gerade. Okay, ich bleib jetzt definitiv die ganze Zeit im Garten drin stehen. Denn man sieht es ja hier. Ein Zombie. Ein Zombie nimmt das Ding hier ein. Einer. Nicht eine ganze Armee. Nein, ein Zombie. Ein verdammter Zombie. Wahnsinn. Ich bin schon wieder tot. Coole Sache. Sehr coole Sache. Leute. Niemand verteidigt. Fünf Zombies sind da drin. Ja, das Ding hier ist verloren. Das Ding hier ist verloren. War auch mal tödlicher, das Teil hier. Wow, 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 wow. Min, 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 min. Minen ohne Ende. Wir sollten uns zurückziehen. Okay, jetzt hier im Finale werden wir gewinnen. Der Sieg kommt ganz am Ende. Wir alle kennen das ja. Jetzt hier schön mit der Drohne alle wegholen. Ist ein bisschen unfair, aber man muss ab und an auch ein bisschen unfair sein, um zu gewinnen. Alles klar, hier sind die Jungs. Ja, wir lauern hier oben. Zack. Der Meisterschlag ging durch. Und niemand stirbt. Wahnsinn. Das war wirklich ein sehr gekonnter Meisterschlag. Ich bin hier wieder beim Kaktus angekommen und hab wirklich keinen Kill gemacht. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Okay, Junge, durchhalten. Oh, das gibt's doch nicht. Die Zombies hier, die ziehen uns ab. Da oben steht eine Armee, da unten ist eine Armee. Es muss Bohnen regnen. Ja, da oben lungern sie alle rum. Ja, ich denke mal, die kommen hier durch. Sieht auf jeden Fall zumindest sehr gut danach aus. Alles klar, zieh dich zurück. Meine Bohnen hatten niemanden gekillt. Oh, Vorlage. Was ist denn los hier am Ende? Das Ende ist ja wie verhext. Der erste Punkt wurde erreicht. Wir wurden nach hinten zurückgedrängt. Der Weg ist weit. Kann der Zombieschnapper noch irgendwas hier reißen? Alles klar, legen wir los. So. Und direkt tot. Weil hinter mir die Armee ist mit 9%. Die schieben das Ding hier ganz locker durch. Ganz gemütlich wird hier gewonnen. Normalerweise ist die Schlaufe da unten ja immer sehr, sehr schwierig. Aber nicht heute. Aber nicht heute. Yes! Yes! Sonnenblume! Go, Sonnenblume, go! Wir glauben an dich! Eine Zweier-Serie mit einer Sonnenblume. Yes! Noch einen weggeholt. Ah Mist, das Ding ist jetzt wieder durchgegangen. Aber jetzt habe ich hier den Kaktus. Und wir nehmen die Drohne direkt. Go, Drohne, go! Glaub an die Drohne. Glaub an die Drohne. Okay, tief fliegen. Warten, warten, warten. Hier lauern und... Rein damit! Noch ein bisschen rumballern. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nice! Vierer-Serie. Direkt hier einiges abgeräumt. Sehr schön. Kritisch. Wow, 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 min, 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 min. Irgendjemand schiebt an, irgendjemand schiebt an. Alles klar, ich habe hier wieder eine Bohne. Die letzten Sekunden hier, die letzten Sekunden, jeder muss reinrennen. Nein! Ist es drin? Ist es drin? Haben wir gewonnen? Oh, wir haben gewonnen. Was war denn das eben gerade? Keine Ahnung, aber wir haben gewonnen. Irgendwo ist eben gerade die Xbox explodiert. Oh, da vorne stehe ich. Sieg. Sieg für die Pflanzen auf die letzten Sekunden, auf den letzten Millimeter. Jetzt haben wir sie gesehen, alle Standardvarianten. Und wir Leute sehen uns in der nächsten Folge. Wir stehen ganz oben. Mir immer danke fürs Zusehen. Danke für eure Bewertung. Und tschüss.